Mein Kanal simonskritische Welt. Freunde, ich bin heute mal aufgestanden und ich habe mir gedacht, komm, wir reagieren mal auf Helene Fischer. Jetzt oder nie heißt der neue Song. Ich glaube, das Video hat sich schon vorher gedreht. Sie ist, glaube ich, jetzt in Babypause. Deswegen halt das Intro und was die besprechen. Und wir schalten mal rein. Los geht's. Ein krasses Song. Ich glaube, ich habe das damals auch gesehen in dieser Helene Fischer. War das, ja, Doku kann man das jetzt sagen. Oder war das ja ein neues Album und sowas halt. Ich glaube, das war diese Kabine. Das hat sich schon sehr schlau gemacht. Alles schon vorgedreht eben. Weil sie wusste sie bestimmt auch schon, weil sie schwanger ist und das dann erstmal nicht machen kann. Ja, also es hört sich wieder sehr Disco-Song, Disco-Fox etc. so an vom Lied her. Deswegen schauen wir mal weiter. Los geht's. Ja, auf jeden Fall typischer Helene-Song, würde ich sagen. Also das hört man sehr sehr raus, muss ich sagen halt. Aber mir gefällt das Divinity in dieser Kugel da. Ist schon sehr sehr geil halt gemacht. Da kann man hier nichts gegen sprechen so. Ist schon ganz cool gemacht. Ich weiß gar nicht, wann waren das? Jetzt, ja, im Dezember oder Februar oder wann ist die gekommen? Vielleicht könnt ihr nochmal reinschreiben und wisst das vielleicht. Wann das jetzt halt genau war. Ich weiß es nämlich nicht mehr ganz genau. Aber wir hören mal weiter. Los geht's. Sehr geil. Also ich mag das irgendwie. Weiß ich nicht. Also ich hätte wie auch der einste da auf Helene reactet so. Aber irgendwie, also das hört sich jetzt nicht so, ja, wie soll man so sagen, so, ähm, ich mag das einfach. Muss ich dazu sagen. Also Helene Fischer ist so die eisste Schlagerkönigin. Ich sag, ja, kann man sich halt immer geben irgendwie. Hat was. Ja, Mainstream-mäßig ist definitiv, ähm, würde ich da sagen. Wir schauen mal weiter. Sehr cool. Also kann man nichts gegen sagen, macht sie. Also es ist ein sehr, sehr guter Song, ähm, definitiv. Äh, gefällt mir. Vielleicht ist es ein bisschen langweiliger, dass du Video eben halt, was so diese Kugel ist und was so immer halt. Aber gut, äh, das sei natürlich da, äh, Michelle, auf jeden Fall, äh, ob das so Divinity sagt, kann man, glaube ich, so, äh, nichts gegen sagen. Morgen kann alles vorbei sein. Jetzt oder nie. Das hier wird unsere Zeit sein. Nein. Auf jeden Fall cooles Outfit. Eine gute Figur hat sie Divinity. Also wenn du sowas enger anziehen kannst, dann definitiv, würde ich sagen. Äh, dass man da definitiv gut aussieht. Also, da kann man nichts sagen. Guti, äh, das war die kurz, aber schöne Reaction auf Helene Fischer. Wenn euch die ist, wie du gut.